Und siehst, das Feld hier aufgehen. Ja. Boah, der ist ein perfekter Flow. Der ist richtig gut. Ah, ein bisschen Wasser. Das ist ein bisschen Wasser. Aber die Technik steht ja oben. Von daher ist das ganz das Problem. Ziehen die Leute die Schuhe aus? Ja, ich hätte mir halt, wenn das alles frei wäre, wäre das ein bisschen noch böser, geiler. Weil dann wäre das ein Riesen-Flow. Also, da passen easy tausend Menschen auf einmal drauf. Vielleicht nur noch zwei, drei.